Jo, der Putzmann hier und... Josch ist auch am Start, hallo. Ja, ist wieder am Rauchen und ich wieder am Trinken. So und jetzt, worum geht das Video? Keine Ahnung, wieso ist die Kamera plötzlich so... ...verschmiert. Musst du hier draufdrücken oder... Uuuu, Technik! Auf sich daran, er ist jünger als ich. Solche Sachen gab's zu meiner Zeit noch nicht. Die Jung von heute ist halt eindeutig weiter als ich, deswegen... ...lässt sich schleifen. Ich hab' ich keine Ahnung, was ich hier mache, deswegen... ...er racht, ich trinke und ich hab mir so gedacht, das wird jetzt ein Video, wo er racht und ich trinke. Ich bring mich gleich um. Jetzt lass dir mal schnell ein Thema einfallen. Ähm, ähm... Wiconder. Irgendwas. Ich meine, du redest doch sonst auch bei deinen Videos über irgendwelche Themen. Ja, ja, ja. Wirst du was einfangen? Ähh... Übrigens wird das Video schneiden, das ist kacke. Mir fällt nicht mal ein Titel für das Video ein. Mir fällt nie ein Titel für ein Video ein. Ja, aber ich würd's trotzdem ein bisschen schneiden, weil wir jetzt hier sitzen und überlegen, was wir reden. Ja... Das ist zwar jetzt auch Take-Material, ja, aber... ...trotzdem, wenn du ein Video so hochladen willst, würd ich's schneiden. Ja, besser ist das. Wir hören uns.